Ich war gerade in Lightroom, aktuell habe ich die Version 13.01 und bin da über eine Beta-Version gestolpert, die ich ganz interessant finde, wenngleich sie sicherlich auch nicht komplett ausgereift ist. Und zwar ist das hier unter früherer Zugriff Objekt-Unschärfe. So, ich habe hier im Bild, da habe ich die Bearbeitung zurückgesetzt. Wir machen mal hier den Standard, das ist einfach hauptsächlich das Preset von Lightroom, das Auto. Zusätzlich noch mit Sättigung und das ein bisschen hochgezogen. Ja, und jetzt fällt natürlich hier auf, dass der Hintergrund leider sehr unruhig ist. Das Motiv ist durchaus schön, aber es hebt sich natürlich nicht wirklich schön vom Hintergrund ab. Das kann man hier mit dieser Funktion verbessern. Schaut euch mal an, wie der Hintergrund jetzt aussieht. Wenn ich es aktiviere, dann läuft eine Analyse, er sucht nach einem Motiv. Hier sagt er, hey, das ist ein Motiv. Und jetzt seht ihr natürlich, okay, da hat sich schon was getan, wenn ihr nur den Hintergrund mal anschaut. Ich schalte mal ab. Ja, das ist wesentlich weich gezeichnet. Und jetzt haben wir aber natürlich auch ein Problem, was vor allen Dingen am Anfang der Zeiten, wo die Portrait-Fotografie, also der Modus Portrait-Fotografie bei den Smartphones aufgetreten ist, auch schon ein Problem war. Ja, die Software erkennt jetzt die Barthaare nicht und schneidet die mit ab. Ja, Lightroom hat da immerhin ein bisschen was sich dazu einfahren lassen. Und zwar kann ich jetzt hier Fokus nachträglich aufmalen. Und ich kann auch unschärf und nachträglich aufmalen. Machen wir vielleicht erstmal gerade unschärf. Ich könnte jetzt hier vorne unscharf malen, aber das ist natürlich Quatsch. Das mache ich hier erstmal rückgängig. Aber ich möchte jetzt ja eigentlich die Barthaare wieder zurückbringen. Ich muss jetzt den Pinsel hier ein bisschen kleiner machen. Leicht auch nochmal schauen. So nach meinen Recherchen gibt es das übrigens schon seit Oktober. Ich bin einfach nicht hinterher gekommen, mir die neue Funktion auch anzuschauen. Jetzt kann ich die Barthaare wieder so reinbringen. Hier oben die Ohrspitzen wurden auch ein bisschen gecuttet. Ja, wenn ich das jetzt hier in der Vergrößerung anschaue, das ist wirklich nicht perfekt. Und ich merke natürlich, jetzt kommt auch das Rauschen wieder, denn ich habe das mit einem relativ hohen ISO aufnehmen müssen. Video zwar, eichhörliche Fotografie kommt noch. Das ist nicht so ganz easy gewesen. Ja, ihr seht, worauf das rausläuft. Naja, zumindest für Social Media wäre das wieder eine ganz gute Sache. Habt ihr die Funktion schon gekannt? Ich leider nicht. Ich komme im Moment leider nicht mehr hinterher, die ganze Leitungssachen auszuprobieren. Ist halt auch bei mir trotzdem nur ein Hobby. Und momentan ist Jahresende und viel anderes zu tun. Was hinst du von der Funktion? Welche neuen Funktionen findest du sonst noch wichtig? Ich freue mich über Kommentare und Likes und schaue dir doch auch das Video an, was jetzt gleich eingeblendet wird. Bis bald, mach's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017